dann würde ich ihn halt nicht dritten kommt jetzt auf die äußeren Umstände an jetzt kann ich ja 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 super schon wieder tot Das ist neu. Du hast mich schockiert. Ganz ehrlich, ich bin nicht sicher, was mit dir zu tun. Ich habe keine Gründe gegen dich, Daniel. Wir sind so sehr gleich, du und ich. Hast du wirklich aus der Amnesie-Mix-Tur? Es ist... Du hast so viel zu tun. Du hast nie genug gemacht, was du zu tun hast. Du hast mir gedacht, wie du die Orbs schaffst. Und du hast unsere Arbeit und sie. Ich werde dir eine weitere Chance für dich selbst. Du kannst hier warten und stoppen die Schaffst. Danke, Freund! Wuppa! Wuppa! Wieso zieht er die eigentlich alle aus? Ist der irgendwie pervers oder so? Dass er unbedingt alle Schniedelwutze hier sehen will? So... Ich guck mich hier lieber ein bisschen... ...ausführlicher hier um. Weil ich glaube, ich kann das alles hier gebrauchen. Muss doch nicht irgendwo drehen können. In der falschen Richtung. Äh... Aha. Kann ich da was dranhängen oder so? Klar, den Eimer. Gucken wir jetzt was... Ach, Wasser, ne? Oder was... was... was bekomme ich da jetzt? Wieso steht hier eigentlich Wasser? Ähm... ja gut. Noch was interessantes hier. Ne, ne? Ich glaub, ich hab alles. Okay. Ist abgeschlossen. was... Mit Tear... Das Tear kann ich doch jetzt... Na, ne, das Tear habe ich ja theoretisch noch gar nicht. Giftpilz. Okay, ich hab keinen Plan, was ich machen muss. Ja, was muss ich vergessen haben hier drin. Vielleicht in meiner eigenen Zelle irgendwas? Wie ist das? Die Tür. Die Tür, die Tür. Kann ich ein Aufwecken oder so? Leute, Leute, Leute. Manchmal stellt mich das Spiel vor. Rätsel hier. Es ist nicht klar, dass es abgeschlossen ist. Wie krieg ich es denn wieder auf? Ich bin ein schlaues Göpfchen. So. So, damit es aus der Entfernung aussieht, als wären wir da drin. So, damit es aus der Entfernung aussieht. 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 Jetzt passiert es nicht mehr. Tute leid, dass jetzt so viel Spaß in der Verlangenung ist. Das ist dann noch ein Bad Village. Das ist dann noch ein Bad Village. Oh, ich bin so laut. Oh Mann, das Spiel macht mich so kaputt. Na ja, jetzt habe ich es ja geschafft. Mit mehreren Toten, ey. Das darf ich eigentlich nie sein. Also jetzt eigener Fehler von mir. Nicht vom Spiel unbedingt. Von mir halt nicht wieder. Die Zeit war aber gerade auch ein bisschen knapp berechnet, fand ich. Junge... Oh... Jetzt darf ich mich noch nicht mal mehr umgucken, oder nicht? 18. August, 1839. Heute Nacht, du wirst die Macht des Obbes, die letztendlich verletzt, die mir schützt. Ich fühle es auf mich, und ich schaue für mein Leben mehr als immer. Oh, ich bin hier quasi draußen. Wow. Ich bin hier quasi draußen. Und ich bin hier auf die Kinder. Und ich bin hier auf mich. nicht verdient zu leben. Würde er ja nicht Daniel heißen. Ach. Bin ich wieder. Falsche Richtung wieder. Jetzt kommt so'n Kopf da hoch, oder was? Äh, wieder nix. Hallo, ich bin heiß. Ich will ja den, ach so, den einmal Wasser hab ich gar nicht mehr. Das Glas da dran fangen? Nein. Teer, Klochen, irgendwas. So, jetzt schauen wir uns mal ganz kurz hier um. Und da komm ich. Mal gucken, ob hier was ist. Nee. Boah, Alter, was hat denn zählt schon wieder Dreck? Ist doch nix. Ha! Der Schock-Effekt aufgebremst. So. Okay, da geht's nicht weiter. Au. Boah, hetzten sich aber hier. Ah, hier sind wir. Ja. im labor kann ich doch das ding zusammen stopfeln moment mal kurz ich nehme mir das we are done on the city flammable again nah sama here okay was nicht vergessen das war ja noch ah nee nein 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 so Denk nach, für mich ist Rumdruckirren glaube ich nur die einzige Chance. Ähm... Ha! Halt mal. Da mal den noch für Schaursachen hier... Ich schieb den noch mal... Tada! So müsste ich ja theoretisch das da... Äh... Ach man...